Hi zusammen, na wie geht's euch? Ich bin's, die Emi. Hi, ich bin's, die Emi. Ja, so sehe ich aus. Hi, ich bin's, die Emi. Ja, ich weiß, die Emi. Viele stellen sich mich aufgrund des alten Fotos anders vor. Und ja, ich bin aber halt eben so, wie ich bin. Und entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin oder halt eben gar nicht. Ja, viele werden jetzt denken, oh Gott, wie sieht die denn aus? Ja, ich denke es auch so übrigens. Also da teile ich, die Meinung teile ich mit euch sogar. So bin ich. Und ja, entweder kommt ihr damit klar oder nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Das heißt, egal ist mir das nicht. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, oh, sieht die scheiße aus. Ja, finde ich auch. Ja, es ist Teil der Eure Meinung. Ich habe vor, demnächst irgendwas mit Facecam zu machen. Und von daher habe ich gedacht, fangen wir mal so an. Stell dich erst mal vor. Viele kennen das alte Foto von mir, was ich drin hatte. Die ganze Zeit im TS zum Beispiel oder im Facebook. Das ist auch das Einzige, was ich habe oder hatte bis gestern. Gestern war es, glaube ich. Und deshalb habe ich gedacht, ja, weißt du was, mach einfach mal. Ich habe die ganzen Jahre ein anderes Foto von mir im TS zum Beispiel oder bei Facebook gehabt. Da war ich noch sehr jung. Ich bin ja jetzt schon was älter. Ich habe schon drei Kinder gekriegt. Ich habe schon einiges mitgemacht. Und von daher, ja, das bin ich jedenfalls. Das alte Foto, ich habe kein anderes gehabt. Ich habe nur das alte gehabt, weil ich mich selbst eigentlich gar nicht so toll finde. Wenn Leute damit jetzt nicht mehr klarkommen, sich anders geben, mir gegenüber verhalten, dann ist das so. Und ja, aber mit denen möchte ich dann auch nichts zu tun haben. Den muss ich nicht haben, die Leute. Von daher, scheiße. Doch, ich wollte noch gerne sagen, dass ich, äh, dass, dass ich, ähm, was wollte ich denn sagen? Ich habe es vergessen. Durch das Aufnehmen vergisst man Dinge. Und ich muss mich zwischendurch einmal selber angucken. Muss ich gucken, wie sehe ich aus? Wie gebe ich mich? Und total schwierig, total komisch, sich selber zu sehen und, äh, reinzulauern in so eine Kamera. Ähm, total komisch. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Lächeln, nicht lächeln. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ich muss mal kurz überlegen, was ich sagen wollte. Und von daher, ähm, warum ich das Ganze jetzt hier mache, ich mache es übrigens zum ersten Mal, ja. In so eine Kamera gucken und irgendwas reden und dabei beobachtet zu werden, ähm, total neu für mich. Ähm, habe ich auch noch nie gemacht. Äh, ich habe vor, hin und wieder mal eine Facecam jetzt, äh, zu benutzen in meinen Videos. In dem einen oder anderen Spiel, nicht in alle. Und von daher, ähm, habe ich gedacht, ich fange so einfach mal an, damit ihr schon mal seht, aha, so sieht die alte also aus, ja. Und, ähm, ja. Ja, so sieht sie aus. Ne, aber ich möchte Facecam benutzen, ähm, mal. Und in meinen, wer meine ersten Videos geguckt hat, der weiß, dass ich, ähm, YouTube ausprobiere. Ich wollte wissen, wie das ist, wie machen die YouTuber das, wie fühlen die sich, wie viel Arbeit ist das, macht das Spaß oder nicht? Ich bin bis jetzt hängen geblieben daran, weil mir macht das Spaß, ja. Aber es gehört da auch noch zu, ähm, ja, das ganze YouTube, äh, hier, das Twitch und, und was es da nicht noch alles gibt, äh, das gehört da alles zu. Und von daher, ähm, muss ich das auch ausprobieren. Ich will auch wissen, wie das ist, auch wenn mir das sehr unangenehm ist. Ähm, ja. Wer jetzt enttäuscht ist, die Emmy, die ich nicht mehr, die, die sie mal auf dem alten Foto war, ja, ist halt eben so. Tut mir leid. Ähm, ja. Entweder, wie gesagt, kommen die Leute damit klar oder nicht. Wenn nicht, brauchen sie mich nicht zu schauen. Ähm, die anderen, die sind herzlich eingeladen, weiterhin bei mir zuzuschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt viele Infos, äh, oder die Infos, die ich wollte, weitergegeben. Und, ähm, ich hoffe, ihr schaut mich jetzt weiter. Ja, und bleibt bald weiter bei mir. Habt Spaß mit mir zusammen. Und, ja, Facecam, äh, bei Spielen. Und, ach so, äh, ja, stimmt. Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass es einfacher für mich ist, wenn die Kleine so jetzt zum Beispiel schläft. Man sieht, ich bin hier in meinem Badezimmer. Äh, wenn die Kleine schläft, so wie jetzt, dann, ähm, habe ich die Möglichkeit, mal eben das Handy rauszunehmen. Samsung S7. Damit geht das hoffentlich, ich zertone einigermaßen. Hoffentlich funktioniert das hier einigermaßen. Und, ähm, von daher habe ich gedacht, äh, da kann ich öfters mal einfach, weil Quatschen liegt mir, ja, spielen, äh, macht mir unheimlich viel Spaß, mache ich total gerne. Aber, labern, das liegt mir definitiv, ja, das kann ich immer und überall. Und, ähm, jedenfalls habe ich gedacht, ähm, da kann ich öfters mal ruhig auch was rausholen, also das Handy rausholen, ins Badezimmer gehen. Und, äh, wenn die Kleine schläft, habe ich dann trotzdem, äh, die Möglichkeit, äh, ja, das eine oder andere Video aufzunehmen. Was bei Let's Plays immer ein bisschen schwieriger ist, das aufzunehmen, weil dann kommt es vor, dass die Kleine weint, dann muss ich aufstehen. Und, ja, also den ganzen Kram, wenn ihr später, äh, selber Kinder habt oder jetzt sogar, vielleicht jetzt sogar schon Kinder, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und diese Videos mache ich auch nicht, weil ich mich toll finde oder sonst was, sondern einfach, ich möchte es ausprobieren. Wie ist das als, äh, ich hatte ja mein allererstes Video, war ja davon, äh, wie ist das als YouTuber, was macht man da, ähm, wie ist das so? Und das ist das, was ich gerne rausfinden will und dazu gehört auch Facecam. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das machst du nie im Leben, das machst du niemals. Und jetzt, hm, tja, hi. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist die, äh, Emmy, ich hoffe, viele von euch sind jetzt nicht enttäuscht oder, ähm, keine Ahnung. Aber wenn, ich sag mal so, wer, ähm, aufgrund dessen, ja, jetzt sagt, ich, ähm, möchte mit der nichts mehr zu tun haben oder sich mir gegenüber, äh, anders verhält als wie vorher, ja, der ist bei mir falsch, weil, da habe ich keinen Bock drauf. Absolut, überhaupt, null Bock drauf auf sowas. Und deshalb, ähm, ja, ähm, ähm, wie gesagt, ich würde Facecam gerne machen. Und außerdem solche Videos wie hier, ich kann gut quatschen, ich quatsche gerne, ich quatsche viel. Und, ähm, das kann ich öfters mal machen. Wenn die Kleine so jetzt schließt, dann kann ich mal eben so kurz das, äh, Handyhaus nehmen und mal eben so kurz ein Video aufnehmen. Das ist bei Let's Plays schwieriger, ja, mal eben zu sagen, so, ich muss jetzt mal eben aufstehen, weil die Kleine eben schließt, äh, wach wird. Und, ja, ähm, ansonsten, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, ähm, dass ihr euch das reingezogen habt. Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ihr bleibt weiterhin bei mir. Ciao, ciao. Jedenfalls, ähm, das bin ich. Und ihr werdet mich jetzt öfters sehen müssen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei mir. Ich hab, ich glaub, man hört die Kleine im Hintergrund. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell gehen. Also, ciao, ciao.